Und das gucken wir uns jetzt auch einfach mal an. Patenschaft, let's go. Und herzlich willkommen auf eurem Lieblingskanal mit 360 Gramm Bestrafung, wenn ihr nicht den Like-Button klickt. Ich muss hier noch auf jeden Fall ein bisschen Platz in den Raum reinkriegen, aber guck mal, ich könnte mal direkt hier einen schönen Chord spielen hier. Ai, ai, ai. Das ist mir zu viel random. Ja. So, machen wir auf jeden Fall, die Woche wird lustig. Mucke, Mucke, jetzt klinge ich wie SSIO, nur dass der ein anderes Wort sagt als Mucke, aber es reimt nicht drauf. Freunde? Was reimt sich auf Mucke? Der ist aber unrein, ein sehr unreiner Reinen. Aber es kam ja jetzt auf die Betonung an. Flo, du kannst so froh sein. Nadine kam an, sie hat sich hier hingesetzt und Nadine und Oli haben sich die ganze Zeit unterhalten. Und Oli hat immer weiter Autotune hochgepitcht, während Nadine mit normaler Stimme immer höher geworden ist. Und ich stand hier und es war wirklich... Hier bluteten die Ohren. Alter, es ging fünf Minuten lang und ich dachte irgendwann so, okay, jetzt... Ja, Jungs, ich bin jetzt einer von diesen Autotunern. Dr. D-Duck ist ein geiler Rappername. Ja, auf jeden Fall. Ja, Albumtitel Suck My Duck. Suck My Duck, ja, läuft, Alter. Ich schwör dir, ich würde nur aus Gag, nur aus Gag würde ich das komplett durchziehen. Ein paar Sekunden später. Okay, was kommt jetzt? Wir haben's, wir haben's. Oh Gott. Wir haben einen Hits. Yeah. Ah, Hammer. Kette von Bavari. Oh mein Gott, das ist auch gut. Wir haben einen Hits. Vor allem einfach nur mit Autotune. Ja. Ich glaube, du hast die Marken tatsächlich exakt so genommen wie das eine Produkt, was sie nicht herstellen. Ja, nice. War das erste direkt einfach Tasche von Cartier? Es ist eigentlich Tasche von Cartier. Das ist Hamburg Gunpowder. Das Cajun ist ja eh schon am Hackfleisch. Äh, Räucherfabrik, ich verstehe, ja. Hab ich. Hamburg Gunpowder? Ja, hab ich. Hast du das Richtige? Ja, ich hab das Richtige. Räucherfabrik. Und dann gerne. What do I do? Wow, Alter. Oh, da passiert mir zu viel und ich muss gleich auch anfangen. Ja, die haben eine Challenge gemacht. Wer kann die zum Lachen bringen? Ja, ja, gut. Also, da haben ja schon mal alle verloren, ne? Ja, ja. Sonst, ich glaube, die haben für, keine Ahnung, 10 oder 15 Streams hat wirklich immer einer von denen durchgehalten. Oh, wow. Oh nein. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Was denn? Anne tust du's raus? Nein. Anne droht mit einer Konfetti-Kanone. Nein. Oh nee, Alter. Konfetti geht nicht. Das ist überein. Das kriegst du nie wieder raus. Ich hab das Konfetti von der letzten Kanone finde ich heute noch. Okay. Also es ist, äh, wir nehmen erst noch ein Video auf, Anne. Es ist noch nicht so weit, aber sie hält sich schon hin. Du müsstest jetzt wahrscheinlich noch ein Weilchen stehen bleiben. Was Olli damit sagen will, ist, er ist dagegen. Nein. Sie ist dafür. Er ist dagegen. Nein. So sieht's aus. Ich verschenke 60 Stufe 1 Abus. Damit ist es. Damit ist es gesetzt. Oh Gott, ich hab nur Angst. Ist es? Noch ist nicht aktualisiert. Oh Gott. Aber es ist bereits gezündet. Und es ist, es ist, es ist klar. Ich bin drüber. Konfetti an der Stelle. Ich bin ja gar nicht so schnell überall. Alles ist voll. So, ähm, an der Stelle sag ich mal. Das wird jetzt noch eine Weile laufen hier. Ich sag mal, Stimmung. Wir stehen dazu. Ja, wenn wir das erreichen, machen wir das einfach. Okay, ich bin auch sehr gespannt. Jetzt kommt das, warum wir das Video kommen. Ja, mach mal. Mal sehen, was passiert. What the fuck? Bartelschaft, let's go. Ich, ich hab davon gehört. Ich hab es mitbekommen. Wir haben darüber gesprochen. Aber fast. Ihr habt doch echt einen Schuss, oder? Ich gratuliere euch zu eurer Mannschaft. Oh. Lustig. Guck mal hier. Hallo. Hi. Hi. Was machen die denn hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Best of. Okay, das ist. Die haben mit ihrem Stream zusammen Abonnenten gefarmt und, äh, haben dann von Luna Peruna die Brustvergrößerung bezahlt und sich eine Patenschaft auf ihre Brüste gekauft. Oh, wow. Oh, wow. Und das Ganze, äh, ist irgendwie über sechs oder sieben Twitch-Clips Germany kommuniziert worden. Oh, wow. Ja. Oh, wow. Ja. Ah, da weiß ich halt auch einfach nicht mehr, was ich noch sagen soll, ne? Äh, ja. Das ist alles ein bisschen seltsam. Ach, was? Und? Findest du? Da hast du einen Link dazu. Ja, äh, hm. Die geschehenen Dinge. Danke fürs Zusehen. Links findest du eine YouTube-Empfehlung und rechts die React-Playliste. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wir sehen uns Freitag im React wieder, ab 18 Uhr mit Manni zusammen. Tschööö. Bis zum nächsten Mal. Tschööö. Untertitelung des ZDF, 2020